So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review und ich habe es ja beim letzten Mal schon angekündigt, ich werde einmal im Monat, wenn ein WWE Pay-Per-View dran war, ein kleines Review dazu machen, mit meiner Meinung, da meistens Sonntag der Pay-Per-View ist, Montagabend, wir Chill mit Ramses machen und während Chill mit Ramses immer wieder von diversen Leuten die Fragen aufkommt, hast du den Pay-Per-View gesehen, wie fandest du das Match, was sagst du da dazu und wie hat dir der Pay-Per-View bei dir gesagt, überhaupt gefallen, deswegen möchte ich das so machen, ich habe ja sonst auch immer Ramses Review gemacht über diverse Kinofilme, wenn ich im Kino war, wenn mir irgendwas besonders gut gefallen hat, so als Filmtipp euch ans Herz gelegt, jetzt war wir ja natürlich schon seit 200 Jahren nicht mehr im Kino, aber man kann das ja jetzt mit WWE Pay-Per-Views wieder in Gang bringen und der letzte Pay-Per-View, der jetzt war gestern Nacht, ich habe es gestern wieder nicht geschafft, ich musste den Rest jetzt wieder heute nachgucken, war Hell in a Cell. Ja, und vorher gab es schon eine böse Nachricht, wenn man es so nennen möchte und zwar habt ihr sicher mitgekriegt, dass das Hell in a Cell Match zwischen Rey Mysterio und Roman Reigns verschoben wurde, nicht mehr auf der Matchcard, auf der Pay-Per-View Matchcard stattfand, sondern bei Smackdown ausgetragen wurde. Der Isbo hat sich natürlich riesig gefreut, der kann die Pay-Per-Views nicht gucken, so hat er die Möglichkeit gehabt, bei Smackdown dieses Match zu sehen, ich fand es richtig beschissen, weil das eins der Matches war, auf die ich mich mega gefreut habe und habe gedacht, okay, Rey Mysterio, super Wrestler, World Champion, ehemalig hin und her, gehe die ganze Zeit unter im Tag Team, es ist nicht mehr das gleiche, aber jetzt, Einzel-Match im Main Event, um den Gürtel, bei einer Großveranstaltung, das finde ich genial, dass er da so ein bisschen im Rampenlicht wieder steht, haben sie ne weggenommen, haben ne in Smackdown einfach hingeklatscht, er hat natürlich verloren, aber darum ging es nicht, was mich besonders gestört hat, dass es in der Smackdown Folge war, du hast gefühlt drei Moves gesehen, dann kam Werbung, dann hast du zwei Moves gesehen, dann kam irgendein Clip oder Einschnitt dazwischen, dann kam noch ein Move, dann war es direkt vorbei, du hast so wenig von dem Match wirklich mitbekommen, was eben bei den Pay-Per-Views anders ist, da siehst du alles, du siehst den kompletten Einmarsch vom Wrestler, vom Gegner, das komplette Match ohne Pause, ohne irgendwas, das finde ich auf jeden Fall immer genial, deswegen fand ich es ein bisschen kacke, dass das jetzt bei Smackdown passiert ist. Dafür, dass das Hell in a Cell Match also bei Smackdown weggefallen ist, zwischen Roman Reigns und Rey Mysterio, gab es dann aber eins von, wir haben das hier drüben, Bianca Belair und Bayley, war ja erst als Women's Titelmatch angekündigt und plötzlich haben sie gesagt, komm wir machen Hell in a Cell Match draus, war sozusagen dann der Ersatz dafür. Und ich muss sagen, mir hat das Match sehr gut gefallen, das war auch das Opening Match, das allererste Match auf der Kart, wenn wir die Kick-Off-Show weglassen, die habe ich nicht geguckt, trotzdem, Bayley geht mir übelst auf den Sack, kann ich mir nicht geben, Bianca Belair, für mich einfach eine der sympathischsten, attraktivsten Wrestlerinnen momentan, der gönne ich auch den Gürtel und alles drumherum, fand ich ein sehr cooles Match, die haben sich ordentlich gegeben, Normalerweise stehe ich nicht so auf Frauen Wrestling, weil das immer so zimmerlich aussieht, aber schon das Wrestlemania Match von Bianca Belair hat einen richtig krassen Eindruck gemacht, jetzt auch hier dieses Hell in a Cell Match, Bianca Belair als Championess kann ich mir einfach geben, passt für mich, wunderbar, hat ihren Gürtel verteidigt, da waren viele coole Aktionen auch dabei, auch der Finisher von ihr auf die Leiter, mit Bayley auf die Leiter geknallt, das sah so krass aus, fand ich auf jeden Fall richtig gut, oder wie Bayley da diese Candlesticks am Ring draußen zwischen Käfig und Ring gespannt hat und selbst durchgeflogen ist, die haben sich da schön ein paar Bumps mitgegeben, hat mir gut gefallen, gutes Match zum Start, hätte ich so nicht erwartet. Dann muss ich mal gucken, ich muss mich hier mal durchwühlen, also ja genau, das zweite Match war ja direkt auch Cesaro gegen Seth Rollins. Ich muss sagen, bei Wrestlemania, das Match der beiden, fand ich richtig cool, war eins meiner Lieblingsmatches, auch wie Cesaro ihn da immer so ein bisschen veräppelt, das letzte Segment bei Smackdown, was man gesehen hat, wo Cesaro Seth Rollins dann einfach vom Stuhl runtergeschubst hat, das fand ich richtig kacke. Irgendwie habe ich da richtig die Sympathie für Cesaro verloren und habe gedacht, Mann, ich feiere Seth Rollins als Heel, aber dass der so veräppelt wird und so blöd dargestellt, feiere ich gar nicht, gleichzeitig, dass Cesaro eigentlich Sympathieträger ist, aber dann so ein bisschen einen auf Bully macht und andere, äh, weiß ich nicht, das war mir ein bisschen too much mit so einer Szene. Jetzt, hier im Match, hat das für mich aber wieder funktioniert, gerade als er Seth Rollins den Handschuh weggenommen hat, hat ihn in den Mund gesteckt, hat ihn dann da rumgeschleudert, während er den Handschuh noch in der Fresse hatte, hat den Handschuh dann weggetreten, reing ins Publikum, obwohl da eh nur Monitore saßen, hat mir gut gefallen, auch so die Moves, die sie sich gegenseitig mitgegeben haben, äh, war sehr spannend, war sehr technisch, dieses Match, fand ich genial und wir haben schon mitgerechnet, dass Seth Rollins wohl hier aber den Punkt holt, hat er auch gemacht, auch überraschend, finde ich gut, steht 1 zu 1, sozusagen, und ich hoffe, da wird noch was Heftiges kommen, vielleicht zum Summerslam, vielleicht zur, äh, Money in the Bank ist ja dann das nächste, hat mir aber auch gut gefallen, aber trotzdem, das Hell in the Cell Match der Frauen fand ich sogar noch krasser, aber das, gutes Match, so für zwischendurch. Dann hatten wir, ich muss mal gucken, wo es hier weitergeht, Ah, hier, Shayna Baszler und Alexa Bliss, konnte ich gar nichts mit anfangen, ich hätte einfach gesagt, gut, stärkt Shayna Baszler ein bisschen, lass die die verkloppen hin und her, aber dass Shayna Baszler in so ein komisches, in so eine Story mit reingezogen wird, ich konnte mich schon mit The Fiend nicht richtig anfreunden, obwohl den fast jeder gefeiert hat, jetzt ist The Fiend einfach weg, verschwunden, man sieht gar nichts mehr, man hört gar nichts mehr, Alexa Bliss spielt die Durchgeknallte und das ist am Anfang ja vielleicht noch okay gewesen, aber mittlerweile nervt mich das einfach nur noch komplett, ich komme mir wirklich meistens vor, wie im Kindergarten, die jüngeren Zuschauer vielleicht sagen, Oh, das finde ich toll, oder das ist voll gruselig, oder keine Ahnung, aber für mich als Erwachsener, wir tun jetzt einfach mal so, als wäre ich erwachsen, kann ich mir das einfach nicht geben, das ist mir einfach alles zu blöd, zu hirnverbrannt, auch das, meiner Meinung nach, das allerschlechteste Match auf der ganzen Card, was da so passiert ist, das war einfach nur Humbug, kannst du weggehen, kannst du behalten, tu mal so, als hätte das nicht stattgefunden. Lieber nochmal Rey Mysterio und Roman Reigns draufgepackt, doppelte Zeit, sonst was, und Shayna Baszl hat auch noch verloren, keine Ahnung, was das alles soll, Alexa Bliss ist für mich keine Wrestlerin mehr, ist halt einfach nur noch irgendwas, ja, dann haben wir gehabt, hier, Sammy Sane, wie auch immer der hier guckt, übelst krass, und Kevin Owens, die zwei liefern immer gute Matches ab, haben auch hier ein relativ gutes Match gemacht, obwohl ich finde, ich habe schon Matches gehabt, die mich mehr mitgenommen haben, oder die ich spannender fand, und die mich, ja, war jetzt nicht, ich finde, war jetzt nicht das beste Match von den beiden, aber war trotzdem so solide, am besten hat mir aber das Finish gefallen, wie Kevin Owens wirklich dann in der Ring-Ecke gehangen hat, und hat einfach nur den Stiefel in die Fresse bekommen, das haben die noch zehnmal in Zeitlupe gezeigt, wie das geknallt hat, wie der den abbekommen hat, wie er da gehangen hat, und wie Sammy Sane sich danach gefreut hat, das war richtig genial, die ganze Zeit wurde Sammy Sane verheizt, Kevin Owens hatte immer die Nase vorne, wenn die mal aufeinander getroffen sind, Kevin Owens hat gewonnen, Kevin Owens hat gewonnen, Kevin Owens hat gewonnen, jetzt hat Sammy Sane einen Punkt geholt, obwohl Kevin Owens unbedingt das Match wollte, das wird sicherlich noch ein Nachspiel haben, warum nicht, hoffentlich vielleicht nochmal in irgendeinem besonderen Match, mit irgendeiner Stipulation, irgendwas, keine Ahnung, macht noch ein Leiter-Match oder irgendwas, aber gut, keiner hat einen Gürtel, was wollen die da oben hinhängen, Sammy Sane seine Mütze, naja, das wäre auch Quatsch, also fand ich korrekt, aber ich fand Seth Rollins und Cesaro besser, und noch besser fand ich, das Hellenitzel-Match der Damen, war aber trotzdem nicht so schlecht, wie Alexa Bliss, ja, dann haben wir noch zwei Sachen, und zwar, mein Gott, das andere Damen-Champion-Match unter, keine Ahnung, Charlotte Flair ist die Böse, die wird ausgebucht, demzufolge müsste ja eigentlich die Reha Ripley, die Gute sein, die angefeuert wird, ich kann mit Reha Ripley aber einfach nichts anfangen, was, was ist die denn, was stellt die denn jetzt dar, ich verstehe es nicht, die hat ihr Debüt, wird gefeiert, die hat ein WrestleMania-Match, wird gefeiert, dann stellt sie sich an die Seite in dem Tag-Team von zwei oberbösen Top-Heels, wird ausgebucht, jetzt kämpft sie hier wieder im Prinzip gegen eine Böse, will die Gute spielen, aber irgendwie hat sie sich wie ein Heel verhalten in dem Match, das Match ist mit einer Disqualifikation geendet, Normalerweise hast du das, dass der Böse in dem Match, es hat für mich nicht gepasst, Normalerweise hätte es so sein müssen, dass Charlotte Flair jetzt ankommt und rastet komplett aus und bringt Reha Ripley förmlich um, Reha Ripley gewinnt dann das Match, wegen Disqualifikation, behält ihren Gürtel und Charlotte Flair sagt, boah, na warte, dich hole ich mir nochmal, obwohl das so auch keinen Sinn ergibt, außer Charlotte Flair wäre böse und hätte den Gürtel, dass dann Reha Ripley gewinnt und Charlotte Flair sagt, tja, du hast zwar gewonnen, aber ich habe meinen Gürtel verteidigt und wurde zwar disqualifiziert, deswegen hast du gewonnen, aber ich habe meinen Gürtel verteidigt, aber diesmal war es die Gute, Reha Ripley hat den Gürtel und Reha Ripley hat sich aufgeführt wie ein Heel, wurde disqualifiziert, sodass Charlotte Flair gewonnen hat, aber der Gürtel nicht gewechselt hat, also ergibt für mich gar keinen Sinn, ich habe in dieser Paarung sogar mehr Sympathie für Charlotte Flair gehabt, obwohl die ja einfach nur komplett böse ist, aber irgendwie nehme ich ihr das mehr ab, weil mit Reha Ripley ich mich nicht wirklich anfreunden kann, war für mich auch jetzt nicht so das beste Match, da haben die Smackdown-Damen auf jeden Fall deutlich mehr geboten und jetzt gehen wir zum Hauptmatch, was noch da war, es waren ja nur sechs Stück, Hell in a Cell, Bobby Lashley und Drew McIntyre und ich muss sagen, dieses Match fand ich auch richtig klasse, die haben ja schon bei Wrestlemania den Opener gehabt, wo ich sehr traurig war, dass die anfangen, trotzdem ein klasse Match geliefert haben, wo sie sich richtig böse gegeben haben, jetzt hier bei Hell in a Cell haben sie die Show abgeschlossen und da waren auch so coole Moves dabei, da waren krasse Aktionen dabei, da wurde richtig Hardcore gerestelt, da wurde gebrault, die Kendo-Sticks kamen zum Einsatz, Stühle, Tische, alles mögliche, Drew McIntyre sah aus, an den Schultern, dann die ganze Haut war aufgeplatzt, an der Brust, den Arm, die Haut war aufgeplatzt, die haben sich wirklich heftig gegeben, der Ringrichter ist K.O. gegangen, da ist so viel passiert und weil der Ringrichter K.O. war und man einen Ersatzringrichter von draußen reinkommen lassen musste, wurde ja der Käfig kurz geöffnet und schon greift MVP ein und du denkst, nein, es kann doch nicht sein, also eigentlich war ich sowieso auf der Seite von Bobby Lashley, weil ich finde ihn als Champion und als Bösen einfach richtig krass, ich finde das sieht gut aus als Aushängeschild, so der WWE mit dem Gürtel, aber ich finde, Drew McIntyre hat so eine gute Figur gemacht in diesem Match und ich fand das so spannend aufgebaut, ich habe wirklich zwischenzeitlich damit gerechnet, weil es ja die letzte Chance auf den Gürtel ist, dass Drew McIntyre vielleicht trotzdem hier gewinnt, man weiß ja nie, die WWE macht was sie möchte, das ist wie Niantic, vielleicht wäre hier der Titelwechsel sogar noch gekommen, dann hast du die Situation, wo du denkst, das war es jetzt, dann war es das doch nicht, dann wird wieder eingegriffen, was ja eigentlich nicht sein sollte, dann dreht sich das fünfmal hin und her, die sind komplett klirre, aber das Finish fand ich dann ein bisschen low, ein MVP hat wieder eingegriffen, hat Drew McIntyre da festgehalten, sodass der überrumpelt wurde, aber einfach eingerollt wurde, er wurde einfach eingerollt und dann war das vorbei und das fand ich irgendwie schwach, die haben sich so viel gegeben und durch so einen einfachen Einroller ist das Match dann vorbei, so ein einfacher Einroller hat bei Cesaro und Seth Rollins funktioniert, das kam sehr überraschend, mitten in dem Match, zack, 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 bam, fand ich gut, habe ich mitgenommen, habe ich abgenommen, aber hier, ich hätte es viel besser gefunden, Drew McIntyre will gerade zu seinem Kick ansetzen, wird festgehalten von MVP, dreht sich rum, sag, geh mal weg da, lass mal meinen Fuß los, meinen Schnurbandel tue ich mir noch selber pinden, dreht sich rum und in dem Moment käme Bobby Lashley angeschossen mit dem Spear, rußt den um von der Matte, pinn den dann, sodass trotzdem dieser Überraschungseffekt da war, aber nochmal ein heftiger Move zum Schluss, um das Ergebnis zu bewirken, aber so steht er da, Bobby Lashley kommt und, ach, ich roll dich jetzt ein, eins, zwei, drei, das Finish hätte ich mir gern ein bisschen anders gewünscht, mit einer richtigen Explosion, trotzdem war es ein gutes Match und man weiß nicht, wie geht das jetzt weiter, lässt er es wirklich auf sich sitzen, Drew McIntyre, sagt er wirklich, okay, ich hab verloren, ich darf nicht mehr, alles klar, und wer wird als nächstes gegen Bobby Lashley antreten, war also eine Großveranstaltung, wo ich erst ein bisschen skeptisch war, wo ich erst gedacht habe, okay, da fällt so viel Tolles weg und so viel komisches Zeug ist drauf, was man nicht braucht, aber im Endeffekt, fand ich ein paar Matches, haben trotzdem überzeugt, ein paar solide, zwei richtig geile Matches, die mir richtig gut gefallen haben, eins, was komplett gar nicht geht, ein anderes, was man auch hätte weglassen können, also ihr habt zweimal schlecht, zweimal mittel, zweimal gut, so ist es insgesamt ausgeglichen, dass es sich sowieso in der Mitte bewegt, habt ihr hell in eine Säge schaut, habt ihr die Großveranstaltung geguckt, seid ihr überhaupt Wrestling-Fans, oder guckt ihr lieber NXT, Takeover, irgendwas, sonst wie, schreibt mal eure Meinung unten rein, was war euer Lieblingsmatch auf der Card, welches fandet ihr am spektakulärsten, habt ihr damit gerechnet, oder habt ihr eine Überraschung gehabt, mit einem Matchausgang, wart ihr überrascht bei irgendwas und gesagt, was, wieso, das habe ich doch nicht gedacht, ich dachte der und hier und jenes, schreibt mal alles rein, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.